Ja hallo Leute, mein 20 Abos Special, ja es wird ein Unboxing, ja ein kleines Päckchen, aber es sind gute Sachen drin, ich habe noch nicht reingeguckt, wie immer. Hier haben wir ein 5 Senga, dann 2 Super Cracker, Super Power glaube ich mal, ja die, 10 Lufthäule und ein Super Cobra 6, wo ich mich echt freue, ähm, ja ich schneide das mal oben auf. So, ich lege das einfach mal. So, jetzt ab. Hier haben wir das schöne Stück, ja, das ist ganz schön schwer. Boah, super, echt klasse. Ja, dann hier ganz kurz ein Gesamtbild. Eine etwas kleine Bestellung, aber das ist natürlich der Hammer. Ja, original natürlich. Alles klar, bis demnächst. Tschüss.